hier ist voll drückend warm so drückende wärme als hätte man geschissen spätzangriff hoch kann iwana aber total kann man auch speziell spielen ja wenn ich jetzt zurückgehen wenn ich jetzt zurückgehen der mega vormacht so noch mehr sind bitte kein scheiß zu lesen weil sie auch keine fähigkeit hat die den angriff erhöht richtig okay zumindest knirscher das eigentlich ja ganz verzucht glaube ich habe ich mal vergessen daher weiß ich was wir getan was war noch mal der spezielle perp von psychic fan das macht doch irgendwas mit screens oder ich glaube das ignoriert screens das ist das kann teilweise krass sein wenn du dich auf die screens verlässt also mein mein begonnen hat das wesen brave ich weiß das ist also brave boy brave boy nein brave enough boy for this ich gucke zu selten schon schon ich fühle mich schlecht was an sich cool ist weil positives anglosswesen aber halt speed tanze wagon element das lernt noch drachentanz und selber dass das er lernt von selbst oder musst du es mit gerard aus paaren um das dach das beizubringen weil sie nicht ich google mal eben wobei ich kann ja zuchtattacken beibringen also wäre das egal moment um hydropumpe beizubringen muss das mit gerard ausfahren das weiß ich aber hat jemand elements so im pokédex nein wobei man sieht ja trotzdem ja logisch habe ich kann zu schauen ob das thunder fähigen es hat unglaublich viele level 1 moves dragon breath scary face crunch double edge streng nein das erlernt auch und ich müsste es dir beibringen verzichten ja ab wann kannst du das das ist eine gute frage bist du noch mal durchlesen ich sollte es mit meinem team können du musst irgendeinen speziellen trainer besiegen dann kannst du in jeder pension zuchtattacken beibringen ich tanze ich tanze ich tanze elements fähigkeit ist ja nicht vier vorskei nein okay das ist nur die von balkon es hat bedroht maxi oder ja aber ich glaube du hast die versteckte fähigkeit dann habe ich mir keine rohe gewalt der ruhe gewalt als versteckte fähigkeit rocket als normales rohe gewalt versteckte fähigkeit dein ich habe auch der boxe ok also habe ich bedroht also mich eine schlechte fähigkeit vor allem in der top 4 tauschen und sterben muss hier gibt es kein pc wesentlich verarschen an den ruhe ist eine mutter und ich habe über 21 jahre ist eine mutter ich mag das worte steht und dringend ich habe jetzt erst mal kein bock mehr auf vieles brauchte ich nicht so schnell und er hat ein iglava war ein igliva war ja und ich lache ich fange ein mäßiges mit siegeswille ja bitte dass er dann nicht dir gibt sondern verkauft für 500 kann ich steckt nicht so hart heute heute nicht heute habe ich schleife gelernt aber ich bin doch nicht soweit ich komme noch nicht hin ja ich habe es hier ja eben ein starter pokémon hat kein starter er hat drei starter pokémon und kammerung richtig warum warum was für cheater er hätte vier starter haben können oder einfach nur pokémon aber er hat sich für einen kammerup entschieden ich habe meine folge ist bald vorbei ich habe jetzt gesagt gerade aufgehört weil ich nicht mehr in den aufnahmen weil er nicht mehr in den aufnahmen ja ich werde das dann auch wieder außerhalb der aufnahmen suchen was deine leute ich möchte ja leider nicht selber schlagen wir müssen ja bis zu witke spielen und dann kann man er muss ja weiter sein als peter fucking huren körper aber das gehabt ihr doch schon wo haben wir mit geschoben du kennst doch die dritte gen so gut moment nein die dritte gen kenne ich überhaupt nicht die kenne ich am wenigsten ja aber trotzdem weiß dass wir die flugarena ist die bäumen ja warum sollte die schon haben ja ist doch die fünfte arena nein die fünfte ist normen mit der normal arena ich habe gewonnen was hättest du jetzt gemacht wenn du gedacht hättest ich kann nicht surfen schon gedanklich viel weiter ja ich merke schon wie viel wirst du verheben ach so ja wo bekommt man denn die super angel her habe ich vergesst kaufen joso glaube ich auch geil die konnte ich kann ich glaube ist nein das ist nicht die allerbeste die super rot die guter die guter er sich tauschen also müsst ihr wissen ja gut ich gebe es dir vor der flugarena da brauchst du erdbeben am meisten sein wir gut haben ganz schön wasserkopf ich bin auch guter 118 toll das ist aber wundervoll das ist die politik 119b 119b ja ja ich jetzt ich meine dass das wetterinstituten können wir aufhören zu aufzunehmen dann fern ich mir vielleicht ich gemeintes wir gehen erstmal noch zu zu der ja wir gehen dann halt meinetwegen erstmal zu baumhausen city da gebe ich die tm und was weiß ich ich bin auf guter 119b wann soll ich meinen bagon entwickeln ja wo ist hier wasser schau mal was ist doch für attacken wo ist wasser da wo feucht nein das kein wasser double edge wäre zwar jetzt ganz cool wegen rock hat aber wenn ich es entwickle ich hatte keinen rock hat mehr es ist kein rock mehr das kann ich beide mehr etwa shelly in der mega form hier ist eine schnecke ha 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 shelly so heißen nämlich nur schnecken schnell ist aussparen sport hier heißt hier stecke da nicht schnelli ja du bist schnelli sandstoß aber es sollte ich gegen ninjas auswechseln nein mit gewaltrohr weißt du was geil wäre wenn die vor der top 4 das spiel patchen würden auf 7 attacken dann könnte ich dragondance kreuzschere egal ja stimmt die gegnerischen gar nicht mehr werden mich nicht mit moonblast angreifen wir haben ja jetzt erst ja kein mundlas ich denke mir gar nicht war alles klar wenn ich auf schaufler mit flying ansonsten kreuzschere egal ich bin ich bin in meine marsch kommt in meinen ding morabel gegangen was morabel weil ich hatte auch angst vor der vier attacke er hat auch noch ein hydropi sein eigenes hydropi ja ich hab noch mein eigenes hydropi und sein morabel außerdem habe ich seinen geladen warum ist epic hier im chat steht epic epic 7 so heißt der das ist sein wahrer name korrekt ach so das ist what tabita tabita tabu 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 mann walzer kann ganz praktisch sein wenn man trifft nein was ja wenn man trifft geh auf holkloss ein igler walzer stimmt ein igler verstärkt walzer da startet walzer direkt bei 60 jup easy so wie deine mama das weiß nicht er hat gerade schutzschild eingesetzt turn 1 bloß blöd dass ich schaufler spiel statt erdbeben hat ihm also gar nichts gebracht glücklich der kriegt den double protect der kriegt den double protect der kriegt den double protect nein zu spät aber die kämpfen wenigstens mal mit richtigen pokemon nicht wir sind nicht im rocket wir haben ganz viel Zubatz ganz viel Zubatz wobei x bleibt ja cool ist aber ganz viel Zubatz 4 5 4 auch ja